So, da sind wir auch wieder. Direkt weiter mit jede Menge Wasserspaß. Ich wollte gerade sagen, kommt kein Ladebildschirm. Baue eine neue Basis am anderen Ufer des Flusses auf und schaffe die Ausrüstung hinüber, um das Rock Raider Headquarters dort wieder zu errichten. Sobald der Stützpunkt einsatzbereit ist, sammle 15 Energiekristalle. Okay. Neue Mission. Musik wieder hoch. Fortsetzen und... Ne, erweiterte. Das Ausschalten. Dann können wir mal gucken. Ah, okay. Hier sind die Docks. Das verstehe ich gerade absolut nicht. Okay, Sauerstoff. Fuck. Äh, schon den ersten Fehler gemacht. Genial. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich machen soll jetzt. Ob ich jetzt auf der Seite weiterarbeiten soll. Oder auf der anderen Seite. Ja, was haben wir denn? Priorität. Wenn wir ein Fahrzeug einschreiben, joa. Da kommt jetzt auch wieder dran. Das Ding kann auch weg. Hier kann man auch direkt mal wegfauen. Ein Energiekristall wurde gefunden. So, dann bauen wir erstmal für den Nix. Na. Sag bloß, ich kann den Nix bauen. Ach, keine. Die muss ja erstmal stehen. Ein Energiekristall wurde gefunden. Sollte erst mal stehen. Na, bauen wir erstmal. Komm, hier nochmal wegnehmen. Dann noch was wegreißen. Da ist es wirklich jetzt. Ich weiß nicht, was ich genau machen soll. Ich sammle jetzt einfach mal. Eine neue Höhle wurde entdeckt. Und versuche gleichzeitig ein bisschen den Sauerstoff aufzufrischen. Muss schon da hin. Das ist total kacke, was ich jetzt gemacht habe. Dein Luftvorrat geht zu Ende. Oh, jetzt dreht hier noch der Bäcker durch. Heute ist wirklich was gebacken. Hier hast du keine 5 Minuten absolute Ruhe mal. Ich hab schon Tür zu. Abgeschlossen. Roller runter. Jetzt jetzt hier mal ein Dunkelkämmerchen. Na, das Upgrade machen wir direkt auch noch. Jetzt müssen wir noch das Kraftwerk irgendwo hier hinfanzen. Das kann auch noch lustig werden. Die roten Kraftwerken zu kriegen. Es gab einen Erdrutsch. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss. Dein Luftvorrat geht zu Ende. Kapus. Ich könnte es da probieren. Ich kann es da probieren. Oder ich könnte einfach versuchen, weiter Erz abzubauen. Äh, ja. Und Kristalle zu finden. Brauchen wir uns da mal weiter rein. Die Ecke kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ich finde nur noch ein Flütz. Da geht es doch weiter. Dein Luftvorrat geht zu Ende. Ja, ein Luftvorrat. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, so. Das geht auch nicht. Ah, da ist noch nicht aufgeräumt. Der räumt jetzt da auf. Wunderbar. Komm. Ja. Das funktioniert auch. Okay, das muss man sprengen. Versuch einfach mal jetzt mit vielen Mann möglichst schnell irgendwie eine Basis aufzubauen. Versorgungsstation. Muss ich noch das Kraftwerk fertig kriegen. Ruf. Da muss auch mal gesperrt werden. So, Kraftwerk steht. Na, Update. Und die Versorgungsstation noch irgendwo hier hin. Da. Schwein, ihr habt. So, dann kann ich das hier wieder sprengen. Ich weiß nicht, ob ich auf die andere Seite... Aber hier ist ja verwüstet. Also müsste ich ja theoretisch schon. Dein Luftvorrat geht zu Ende. Ja, ich weiß. Kein Stress. So, das Ding müsste auch schnell stehen. Dann gehen wir die kristallischen wieder aus. Nicht ein Kristall. Äh, ja. Wir bauen uns hier weiter rein. Einfach hier und da ein bisschen. Luft müsste ja gleich geregelt sein. Ja, ich kriege gleich wieder neuen Sauerstoff. Ist kein Problem. Hier können wir... So, müssen wir, glaube ich, wieder sprengen. Hm, hm. Fehlt hier noch. Ein Erz. Komm, bring da dran. Stromverbindung. Zumindest wieder Sauerstoff. Kann ich mal kurz gucken. Steigt der? Ja. Kütter jetzt oder Kütter nix? Bleibt einfach stehen. Sonst ist ja erstmal alle mampfen. Okay, Luftvorrat steigt. Herrlich. So, hier noch aufräumen. Die Ecke kann auch weggemacht werden. Das kann weg. Dann warten wir erstmal ab. Das kann, glaube ich, auch schon wieder weg. Oh. Schöner Flöz. Okay, hier ist aufgeräumt. Sprengen wir uns mal da durch. Da müssen wir uns auch sprengen. Das fällt jetzt alles weg. Jetzt haben wir uns auf jeden Fall Zeit verschafft. Das kann man auch wegbohren. Und wenn man Flöz kann man auch direkt Becken bohren. Dann machen wir uns jetzt auch wieder platt. Nichts. Ist ja herrlich. Okay, dann geht's da. 15 Kristalle. Das hört ich erstmal wenig an. Aber das ist voll schwer. Ein Energiekristall wurde gefunden. Da ist noch. Ein Energiekristall wurde gefunden. Energiekristall. Da ist wahrscheinlich gar nichts mehr. Abraum gestanden. Ein Energiekristall wurde gefunden. Da ist noch einer gefunden worden. Ich weiß nicht, ob ich die Basis schon zu weit ausgebaut habe. Strumpa-Bindung. Strumpa-Bindung. 6 Kristalle. 7, 8. Da ist der 9. Strumpa-Bindung. Strom haben wir noch. Aber dann müssen wir hier mal. Ein bisschen aufräumen. Direkt auf alle Teleporter kommen Leute ran. Ah, das muss die Versorgungsstation schon hinkriegen. Sprengen wir da nochmal. Wasser. Wasser. Gut. Die stehen hier rum. Warum steht denn hier da rum? Mach das Zeug einfach mal sauber. Ein Energiekristall wurde gefunden. Da können wir auch direkt nochmal sprengen. Und dann ist die Höhle hier am Ende oder wie? Ja, geil. Irgendwas habe ich bis jetzt übersehen. Wahrscheinlich muss ich auf die andere Seite wieder zurück. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ja, das reicht auf keinen Fall. Also muss ich noch ein paar Docks bauen. Docks. Docks. Oder? Sehe ich da was falsch. Abraumgestein. Dein Luftvorrat geht zu Ende. Okay, das reicht doch nicht. Vielleicht wenn ich die upgrade. Ich hoffe jetzt einfach mal. Beobachten, während die bauen. Da müssen wir noch aufräumen. Oh ne, der macht das schon. Oh, schon eine zweite. Oh, ein kleiner Fehler. So, die Docks. Kann ich mir... Hoverscout... Rapid Rider. Was mache ich denn jetzt damit? Ich habe keine Ahnung, was ich hier veranstalte. Okay, Ausbildung als... Turmseemann ausbilden. So bilden sich gleich direkt 10 Mann aus. Ja, hier. Direkt 2 Mann hingierandt. Naja, ein bisschen Ausbildung schadet ja nicht. Aber was soll denn hier noch sein? Sollen wir aussteigen? Und bohren. Ich weiß nicht, soll ich die Basis jetzt komplett reparieren? Oder... Was soll ich damit machen? Abraumgesteine. Ein Energiekristall wurde gefunden. Tja, fallen lassen. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Ein Energiekristall wurde gefunden. Erde. Ja, ja, ja. Eine neue Höhle wurde entdeckt. Wo? Da hinten? Tatsache. Hier sind auf jeden Fall noch Kristalle. Jetzt muss ich es nur packen. Ein Energiekristall wurde gefunden. Wo ist denn der Junge? Es gab einen Erdrutsch. Ja. Ach du je. Wo kommen die denn jetzt her? Es gab einen Erdrutsch. Okay, also ich kann um den See rum. Sehr praktikabel. Suchen wir dafür mal einen Fahrer. Es gab einen Erdrutsch. Bevor uns der Sauerstoff hier noch raus geht. Optionen. Kann ich den... Kann ich den... Kann ich den... Kann ich den Fahrzeug nicht teleportieren. Die Basis ist stark genug hier. Es gab einen Erdrutsch. Oh, das Fahrzeug wäre praktisch. Keine Ahnung. Ach du je. Ich verliere voll den Überblick hier. Es gab einen Erdrutsch.